Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Last Light Folge. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir gerade den roten Platz überquert. Nur da sieht man es noch. Und ja, offensichtlich sind wir jetzt hier in einem kleinen Vorhof, wo behauptet wir, dass hier ganz viele böse Menschen wären. Du wirst aber gerade tatsächlich nicht sehen, du. Wahrscheinlich sind sie hier irgendwo im Lagerfeuer und singen das Lagerfeuerlied. Das LWB, 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 LWB. Zu erschöpfen. Angriff! Eliminiert ihn! Führt den Befehl aus! Na, kommt schon. Boah, wie... Boah, überall! Scheiße, scheiße, scheiße! Los, los, los! Boah! Ja, hervorragend! Das hat ja ganz toll geklappt, ey. So eine Pisse, wo er solche Wissen hat, die jetzt auf einmal von links und rechts und überall kommen, ey. Die haben wir nur den Arsch offen hier. Entschuldigung, bitte mal eine Ausdrucksweise. Aber so behindert werde ich das nie nochmal machen, ey. Ah, noch einer! Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf! Nicht bleiben! Ich helfe! So, ich glaube, dann wechseln wir erstmal ganz kurz irgendwie wieder die Waffe auf das Ding. So, den haben wir schonmal. Ach, da oben ist auch mal einer. Ja, hört doch mal auf hier! So, wieder einer weniger. Zum Grasmus gewechseln. Du hättest eine Schuss. Du hättest bei der roten Linie bleiben können. Wir hätten dich aufgenommen. Lass mal an, A, sehen, Ruhe nach hier. Wieso brauchen wir eigentlich keine Gasmasken? Fügt mir gerade mal so auf. Aber du musstest fliehen und dann genau hierher kommen. Manchmal solltest du dein bescheuertes Hirn auch benutzen. Mein bescheuertes Hirn. Oder hast du gedacht, Korbuth hätte dich völlig vergessen? Nicht so lange du lebst. Und ich auch nicht. Du wolltest es nicht so wie wir. Wolltest dich uns nicht anschließen. Also wirst du hier einfach ins Gras beißen müssen. Du wolltest es nicht auf. Wir nehmen den Bogen in den Bogen. Ich werde nicht so lange rusche. Wolltest du nicht auf. Der Hände ich. Das war das, was du mir sagst. Wir hättesten uns unsere Kameraden weg. diese scheiß filter wechsel die geben wir so wieder welche kleiner mann wo bist du hin und hast du vielleicht noch welche habe ich nicht gerade ein feil hingeschossen Ja das ist jetzt ganz geil, dass ich jetzt nicht... Filter. Ich brauche einen Filter, ich brauche einen Filter. Ohne Furcht und alle! Was zum Toten ist das? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held! Ich hoffe ich überlebe das jetzt gleich noch, ansonsten haben wir mich festgefahren. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben sie, Genosse Morosov, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Speer haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. F yo! F yo! F yo! Freaky ground sh-it! Aber sowas rein! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Das ist also vergeben. Vielen Dank. Das werde ich mir merken. Boah, das war echt eng. Eineinhalb Minuten. Okay, jetzt muss ich ganz dringend Filter finden, irgendwie. Jetzt gehen wir jetzt hier oben weiter. Da müssen wir nicht hin. Den nehmen wir natürlich wieder eben mit. So, ich gehe mal einfach hier weiter. Das wird wahrscheinlich richtig sein. Ja. Boah, kacke, war das eng mit den Filtern, ey. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Dann kommen wir jetzt also zum Garten mit einer fantastischen Gasmaskenzeit von einer Minute. Ist das nicht toll? Unsere Gasmaske ist auch schon so leicht plädiert. Irgendetwas ist dir seltsam. Warte! Gasmaske! Licht mehr aus. den hier war ich damit wahrscheinlich besser schuss als meine etwas dadurch auch noch eine oder wo muss ich jetzt weiter stirbt doch einfach ich glaube ich habe es alle weg wieder aufgesammelt der hat dreck 2 na sowas gefällt mir doch oder so knapp ja bock sich da mal in ruhe ich muss immer weiter